Hallo, ich bin Babsi. Wir sind von The Dance We Made hier auf der Zirkuswiese in Wien und wir sind gemeinsam mit Fonds Soziales Wien und Teamkassen & Friends heute hier, um einen Tanz mit den Passanten zu kreieren. Ich stelle euch die Tänzer vor. Ich bin die Camilla. Ich bin der Kirin. Ich bin die Marce. Und gemeinsam? Let's make a dance! Okay, das muss ein bisschen mehr weiter fließen. So, ich springe. Dann kannst du gleich so liegen bleiben und gleich in den Kopf, da muss es nicht aufstehen wieder. Okay, ja, ja. So, ich liege, dann mache ich Synod und dann Kopfstand. Okay, finde ich super. Bobby, sieben Jahre alt. Also ich habe gesagt, er ist stur. Ich kann es auch so machen, er ist stur, aber er ist sehr sensibel. Und er hat bei mir sehr viele Haare die ganze Zeit. Welche Superkraft hättest du? Könntest du Gedanken lesen, könntest du fliegen, könntest du Laserschießen? Ja, fliegen schon. Auf jeden Fall mal fliegen. Wie soll ich das darstellen, das Fliegen? Wie gefällt dir das? Das nicht so, gell? Das nicht so. Eher das so? So, so, so? Okay. Abgesehen von Eislaufen kann unser Superheld alle möglichen Sportarten, aber der Spaß kommt nicht zu kurz, denn er geht natürlich auch in die Disco. Shakey, shakey. Sie haben zuerst zwei schöne Katzen gefüttert und auch ein bisschen gespielt und dann ist sie geklettert. Ganz langsam oder schnell? Ziemlich schnell. Ziemlich schnell. Dann vielleicht könnte ich von hier... Hallo, ich bin Babsi und ich habe mit Pablo und Sascha gesprochen und sie haben mir von innerer Stärke erzählt. Hallo, ich bin Marcia und ich habe heute mit Dennis gesprochen und er hat sein Fahrrad frei abgestellt. Hallo, ich bin der Kirin und ich habe heute mit Rocky und Milo gesprochen und die haben mir von ihrem perfekten Sommertag erzählt. Und da darf natürlich Fußball nicht fehlen. Hallo, ich bin Camilla und ich habe heute mit Monika geredet. Sie hat mir erzählt, dass in Portugal der Ozean ganz stürmisch ist. Ich will heute mit Vault drei, zwei Tag, zwei Minuten, drei Minuten, sechs Minuten. Sie sind in Portugal und drei Minuten, zehn Minuten. Und dann gibt es mit einer beziehung des Horsos- und später. Sie sind in Portugal. Sie sind in Portugal. Sie sind in Portugal. Sie sind in Portugal zu Hause. Und ich habe auch mit Jakob gesprochen und Jakob hat mir von seinem Brunnen erzählt. Und ich habe auch mit der Bess und mit dem Tunni gesprochen und die wollen unbedingt Steingiganten sein. Außerdem habe ich heute auch mit Mia und Christina gesprochen. Mia hat mir erzählt, dass sie gerne tanzt und gleichzeitig die Gitarre spielt. Und ich habe heute mit Boricio, Sabrina und Herbert gesprochen. Boricio hat heute in der Brücke ein Tunnel gegessen. Musik 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 稍 coat Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020